Herzlich willkommen zum Neusburger Techniktipp. Heute zeigen wir Ihnen die besonderen Vorteile vom SP-Präzisionsgestell gegenüber dem SV-Standardgestell. Das Präzisionsgestell wird vor allem für dünne Bleche und präzise Stanzvorgänge verwendet. Besonders geeignet ist es für Folgeverbundwerkzeuge mit erhöhten Genauigkeitsanforderungen. Das hängt mit der Befestigungsposition der Führungssäulen zusammen. Beim SV-Standardgestell werden die Führungssäulen in der Kopf- oder Grundplatte verschraubt. Beim SP-Präzisionsgestell hingegen sind die Führungssäulen in der Zwischenplatte eingebaut. Der Mittenflansch der Säulen wird jeweils auf der Unterseite platziert. Somit sind sie immer absolut mittig verbaut. Durch diese Art der Verschraubung sind die beiden Längsabmessungen der Führungssäulen fast gleich lang. Wenn dieselbe Querkraft wie beim Standardgestell auf das Führungssystem einwirkt, ist die Genauigkeit beim SP-Präzisionsgestell um ein Vielfaches höher. Ein weiterer Vorteil, der daraus resultiert, ist, dass der Führungsdurchmesser kleiner dimensioniert werden kann und dadurch mehr nutzbare Fläche bei gleicher Gestellgröße zur Verfügung steht. Preislich unterscheiden sich die beiden Gestelle nur wenig. Wenn sie also höhere Genauigkeit und mehr Platz benötigen, empfehlen wir auf jeden Fall den Einsatz eines SP-Präzisionsgestell.